Was geht ab ihr Geil und Säu? Willkommen zurück zu Battlefield Hardline Singleplayer, weiter geht's mit der Episode 6 außer Betrieb. Los geht's! Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Käpt'n war fleißig. Tz, Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dorst schon Amerikas Polizeischech. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dorst hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal... Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia. Und Dorst ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dorst dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dorst mehr hast als ich. Okay. Cool, cool. Da ist ja schon das Autohaus. Wunderbar. Tozo. New and used. Ein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dorst raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Moment, ich schick das eben. Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder verkackst du das auch? Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben. Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus. Gehen da rein. Okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach, Nick. Halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Jetzt wird eingebrochen. Oh ja. Geile Mucke mal wieder, ey. Die Mucke gefällt mir echt richtig. Und nebenbei, ich nehme gerade hier mit Nvidia Shadowplay auf. Weil die ganzen Abstürze gehen mir ein bisschen hart auf die Eier. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Mit Traps halt. So. Wie man auch schon sieht. Ich habe schon die Tech-9 ausgerüstet. Und die AKM. Tech-9 mit einem schönen Schalldämpfer. Und Magazinvergrößerung. Und Delta und Pipapo und Tech-9. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass wir Medikit und Munitionskiste gleichzeitig benutzen können. Also sind wir so eine Mischung aus Sanitäter und Munitionshure. Finde ich verdammt geil. Der BOP, würde ich mal so sagen. Und natürlich noch den geilen Golfschläger am Start. Mit dem ich einfach mal die Köpfe als Golfbälle benutzen werde. Warum nicht? Und ja, damit starten wir jetzt einfach mal. Oder mal los, ne? Dann wollen wir mal in das schöne Autohaus einbrechen. Was sind da eigentlich für Karren so drin? Wer macht denn hier draußen den Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Sind da geile Karren am Start, oder? Naja. Ich dachte, das wäre schon so ein bisschen luxuriöser. Naja. Wollen wir mal das Brecheisen hier benutzen. So, zack, hier. So. Ja, finde ich auch. Wunderschön. So, was haben wir denn hier überhaupt? Hier noch irgendwas rum? Scheinbar nicht. Das ist ein Waffenschrank. Was haben wir hier? Ist das ein Brief? Ja. Hm. Do not connect to internet, aber sowas von hier. So, erstmal connecten zum Internet hier. Also gut, Kai. Nee, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen anderen aufgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Oh. Wir kommen. Moment. Erstmal markieren die bösen Buben hier. Ja. Gut, gut. Dann kommt mal rein, ihr bösen Buben hier. Geilen, geilen Säuer. Na. Jetzt gleich mal zur Aufgabe zwingen. Ich hoffe mal, die andere bemerkt nix. Na, komm, komm, komm. Sehr schön. Läuft der mal ein bisschen weiter? Bleibt er jetzt da einfach, wo der ist? So, ganz heute. Einfach mal schnappen hier, komm. Halt ihn ab! Ach, fuck die, Uwe. Boah, die AKM. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sie zieht ganz schön hart nach oben. What the hell? Tarsen, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such dir eine Position und halte sie. Nachtisch. Moment, Moment. Ich hab da eine kleine Idee. Haben wir nämlich vielleicht eine Mine oder so am Start? Haben wir sowas? Panzerraumkletterer, Seilhutsche, Lasermine. Komm. Den Spaß machen wir jetzt einfach mal. Ist das hier? Mir ist das hier, lieber. Kamera. So. Da kommen sie. Sehr schön. Der macht mal. Danke. Ey, warum machst du den Startbogen? Mach du scheiß Laserminer. Gibt's dir gut. Ach, der. Er geht doch. Was kommt denn da alles an, Alter? Mann, 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 Mann. Joa, sieben, Junge. Wie viel denn noch? Gar nicht so wenig. Aber haben eh nichts drauf. Von daher. Die Sache. Ich kann eigentlich durchballern. Wie ist eigentlich die Tech-Nine? Sie werden. Okay, die hat irgendwie auch so ein... ...Matic. Ich dachte, die müsste man so wie in Counter-Strike, sag ich mal, betätigen, oder so. Wir leben auch. Gute Arbeit, Mendoza. Ja, mein Freundskör bleibt da so einiges. Wir haben jetzt einen alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach, hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Vorsicht! So. Aufpassen! Ach, da geht's nicht mehr. Schade. Alter! Würde ich nicht hinluft. Was? Das Ding nehmen? Oh, es ist das Ding sicherstellen. Ui, 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 ui. Ja, komm. Ja, ja! Bin ja dabei. Ich hab's. Ich hab's. Fuck my life. Holy moly 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 moly. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ha, ha, ha. Noob. Learn to aim. Motherfucker. So. Schnell herein. Schnell herein. Fahr, Junge, fahr. Schnell, schneller, 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 schneller. What the... Scheiße, oh mein Mann. Wiesel-Sau. Alter. Die Scheiben gehen davon, ich hab's doch gut hier. Fuck. Ein Dreck. Oh. Ja, wunderschön. Ah. Wow. Scheiße. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Oh, mein Mann. Da kann man erst mal markieren hier, würde ich sagen. Markieren ist immer gut. Ein bisschen Punkte. Warum nicht? Ja. Okay. Hallo, so weit down. Lebt da noch jemand irgendwie, oder? Na. Ach, wir müssen hier rein, oder was? Scheiße, okay, gut. Cool. Ja, ja. Ich mach ja schon. Äh, da lang. Ui, 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 ui. Was für ein Theater! Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Langsam. Jetzt wissen wir noch nicht. Wirst du mich verscheißen? Er ist auf Cakes Schrockner. Nicht weit weg. Und bei Ihnen kann ich die Dateien nicht lesen. Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch doors vorklöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay, verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Oh ja. So ist das. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Oh, wie geil. Moment, gibt es vielleicht irgendwie ein anderes Stromgewehr, so by the way, als die AKM irgendwie ist, die mir ein bisschen zu impräzise. Weil irgendwie sehe ich da nichts anderes. So eine Scheiße. Außer dieser halbautomatischen Präzisionsnähe. Dann behalte ich schön die AKM. Ja. Ach komm, mir die Kit wieder rein, würde ich sagen. Ja. Passt schon. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Mindestens fünf oder sechs Typen. Und vermutlich auch ein Alarm. Wie sollen wir vorgehen, Officer? Ja, warte mal. Ich fühle mich Panik. Haben wir sie erwischt? Keine Ahnung. Hey, Toni, jemand hat das Auto ausüberfallen. Wer nimmt das lieber Auto? Vielleicht sind wir die Nächsten. Wobei. Oh ja, ihr seid die Nächsten. Hundertprozentig. Ja, ich schaue mir mal das von unten an, oder? Wenn wir da hinkommen. Geht schon mal nicht rein. Guck mal hier. So... Bestimmt benutze ich hier nicht den Haupteingang. Guck mal, da könnte man rüber, oder? Kommen wir durch. Das ist doch perfekt. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch, dass ich die Beförderung kriege, oder? Ja. Okay, okay. Nein, ich auch nicht. Da könnte man einen bestimmten Kletterhaken nutzen. Keine Ahnung. Wie ist denn das auf der anderen Seite überhaupt? Geht's da auch irgendwie... ...lang? Da ist da nix. Kann man hier irgendwie weiter? Ja, hier geht's auch rein. Ja, okay. Das gleiche gerne. Ich könnte ja versuchen. Guck mal, da ist auch so ein Heini, den wir festnehmen sollten. Guck mal. Okay. Ich muss jetzt weg. Alter, der hätte mich fast gesehen, der Kollege. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Der macht mir ein bisschen, glaube ich, Schwierigkeiten, oder? Okay, gut. Dann versuche ich mir mal den... Marcus Boone. Er hat den Bengel, den eingestellt. Hi, na? Alle klar bei dir? So, dann wäre der schon mal weg. Gut, gut, gut. Boom, boom, boom. Oh. Wo? Warte mal. Klima, bitte da hin. Das hört er nicht. Und da? Hört er auch nicht. Geht da hin. Perfekt. Ausnahmsweise mal einer, meine. Wohin geht der? Warte. Der läuft jetzt nicht wirklich ernsthaft komplett außenrum, oder? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Wohin läuft der? Der läuft komplett außenrum. Was ist denn das für eine geile Sau? Soll mir recht sein. Das ist auf jeden Fall umso leichter, aber... Warum? Nein, 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 nein. Halt! Kein... Halt! Und gleich runter mit dir, Kollege. Ich frage mich ja immer noch, wie ich mehr Punkte bekomme. Wenn ich davor Hände hoch mache, also diesen Move, oder wenn ich den einfach runter drücke. Womit bekomme ich mehr Punkte? Eigentlich reintrücklicherweise müsste ich für einfach runter drücken mehr Punkte bekommen, oder? Wir gehen mit diesen Hände hoch, Future. Das ist ja etwas leichter. Reintrücklicherweise. Aber naja, wer weiß. Den könnte ich perfekt eigentlich hier hinlotsen, so. Dürfte ja auch gar keiner merken, hoffe ich. Oh, das hat der da vorne gemerkt, glaube ich, ne? Bewegt er sich? Der guckt da auf jeden Fall hin. Ich weiß auch gar nicht, wo der sich genau befindet. Hier ist nichts. Hallo, mein lieber Freund. Für den einen gab es 1000. Wie viel gibt es für den jetzt so? 500? Okay. Keine Ahnung. Oh, Mann. Hm. Es wäre, glaube ich, ein bisschen... Ach, guck mal, da könnten wir hier noch Beweise durchsuchen, oder so. Es wäre, glaube ich, klüger, den da hinter den Kollegen da erstmal dingfest zu machen. So, Beweis ansehen. Das sieht nicht gut aus, Verkeisfreund. Ach. Hier geht's... Nicht rein, scheinbar. Hier ist aber... Ach, da ist der andere. Das sind sogar zwei... Hast du mal den Knopf an den Teil gedrückt? Nein. Das macht Kang immer. Oh. Das ist bitter. Ist was für besondere Anlässe. Ich schätze, Boomer ist so einer. Jo. Armer Kerl. Recht gehabt. Wer kann echt Korean... Warte mal. Was jetzt? Hände hoch. Was? Scheiße. Okay, cool. Wo dreht der sich denn so um? Überstreckt die beide ran, glaube ich. Das sollte kein Problem sein. Komm. Und der auch noch. Wunderschön, wunderschön. War an sich eigentlich total unrealistisch. Anstatt der einfach jetzt auf mich geballert hat. Hätte. Während ich den anderen festnehme. Aber naja, soll mir recht sein. Ich kann doch da rein, oder? Ist da ein Eingang? Ja, naja, ja. Da sollte ein Eingang sein. Aber ich krieg den anderen dann, glaube ich, auch nicht immer noch ran. Aber ich könnte, reintwischerweise, den Move hier machen. Und der andere Kollege kümmert sich nicht da drum. Scheiße. Das ist nicht so geil. Ja, komm, komm, komm. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Das dauert zu lange. Alles okay. Was für ein abgefuckter Motherfuck ich einfach bin. Ohne Witz. Scanner. Können wir denn so schönes scannen? Ja, ja. Erstmal scannen hier. Was haben wir denn hier? Was macht Lilly Kangs Gepäck denn im Parkhaus? Tja. Und diese Meldungen gehen mir ein bisschen... Oh, hart auf die Eier muss ich ehrlich sagen. Right, like you mean it. Die Meldungen da oben rechts gehen mir hart auf die Eier langsam irgendwie. Und wer ist dem Server beigetreten? Ist dem Server beigetreten, anstatt man das irgendwie ausmachen kann? Geht das vielleicht eigentlich? Ich weiß es selbst nicht. Kann man das benutzen? Oh, da hätte ich... Ist da wer? Hallo? Ach. Der Typ ist im Kofferraum. Soll ich den jetzt irgendwie hier... Nee, einfach runterlassen scheinbar. Okay. Hey Mann, ich kriege keine Luft. Okay. Ja, Kollege. Ich habe Schüsse gehört. Und ähm... Ich lebe noch, also. Gehörst du nicht zu sehen? Machst du bitte mal auf? Komm schon. Ja, guten Flug. Sorry. Ist da wer? Achso. Ich dachte, wir lassen ihn richtig runterplumpsen. Oh. Ist ja langweilig. Ich kriege keine Luft. Tja, ist mir scheißegal. Okay. Erstmal Teebecken. Ich glaube schon. Ja, ja. Okay, komm, ja. Lass mich hörten. Boomer. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit dir gemacht? Es ging um die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben es auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich. Auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist... ...auf der anderen Seite des Lagerhauses. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du. Im Kofferraum. Was? Nee, nee, nee. Vergiss das, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da. Ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Hey, nein, Mann, nein, nein, Mann! Hey, Mann, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt! Tja. Hey, hey! So kann's gehen, Mann. Hey, hey! Das war gar nicht cool. Das war nicht cool. Sehr uncool, Mann. Der ist da und das hört sich an, als ob der da ist, irgendwie mit nem Neutsprecher. Ach, egal. Ich sage dir Bescheid, wenn einer kommt. Ja, das ist nett. Boah, halt doch mal die Fresse, Irgendwer. Sonst durchballere ich gleich den wahren, Kollege. Dann hast du nichts mehr zum Lachen. Keine Mucke. Der ist hart überhaupt der Hinsen, der Kollege. Guck ihn dir bitte an. Guck ihn dir bitte an. So. Seht ihr das? So ein Spiel war der aber, Alter. Ich war richtig gerade hart am Updance mit dir. Oh, dann musst du unterbrechen oder was, ey? Oh, yeah. Alter, die Mucke, ey, diese reingehauen haben in Battlefield Hardline. Die geht ganz schön ab. Ich frage mich immer noch, ob die wirklich Copyright geschützt ist oder nicht, ey. Wenn ich, ey, kranker Scheiß, ey. Bin so ne geile Mucke. Boah, ich würde am liebsten jetzt einfach mal durchballern hier, ne? Kommt er hoch? Ich dachte schon. Wie bekomme ich die jetzt am besten ran, eigentlich? Gibt's da eigentlich einen anderen Eingang noch irgendwie? Moment. Haben wir gleich. Ich schau mir mal das genauer an. Bestimmt gibt's da noch einen Eingang. Naja, da ist noch ein Eingang. Wo ich direkt vor einer Wache denn stehe. Ja, oder weniger. Da ist noch ein Eingang. Was ist das denn? Scheiße! Hä? 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 Was ist hier los? Was ist hier los? So, so kann's gehen, Kollege. War doch recht nice. Davon bitte dahin. Nee, darauf hört er nicht mehr. Scheinbar. Egal. Nehmen wir einfach fest, die alte Sau. Passt schon. Ähm. Und hier? Und so? Doch nicht. Öffne ich mal die Türen, ja? So. Okay. Das ist überhaupt nicht geil, glaube ich. Was ist mit den Kollegen los? Wann läuft der denn? Da ist nichts. Doch, da ist was. Guck mal genauer hin. Scheiße! Äh. Wann läuft der jetzt? Läuft der komplett außen rum, oder was? Scheiße. 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 Na, Mann ey, diese Laufwege kapier ich manchmal gar nicht. Anstatt der einfach da durch. Läuft, weißt du? Nö, er läuft komplett außen rum einfach. So kann's gehen. Was war das? Jetzt zieht er den Kollegen. Kann ich ihn festnehmen. Der hat's hinter sich. Mach hin. Bleib, wer du bist. Ja, ja. Du auch. Hallo. So wäre der Kollege auch down. Und war den Kollegen auch fesselt. Gott, wie Mucke, Alter. What the fuck, Alter. Wir brechen gut ab. Ich nehm dich gleich fest, Kollege. Du bist gleich down. Oh yeah, du alte Sau. Da bist du gleich mal festgenommen. Oh, ja. Easy peasy. Lemon squeezy. Oh, ja. Ich riskiere es einfach mal. Okay, gut. Mein Rat hat nichts bemerkt. Hammer, nice. Hände hoch. Und überwältigt. Das ist sehr nett. Oh, ja. Scheinbar gibt's immer... Wenn mein Hände hoch sagt man alles Mögliche. Gibt's denn 1000 Punkte. Okay. Oh, ein neues Sturmgewehr freigeschaltet. Keine Mucke. Warum läuft hier nicht weiter? Schade. Was haben wir denn hier für ein Sturmgewehr freigeschaltet? Oder ist es für ein Singleplayer? Ach, da sind auch noch Sturmgewehre. Karabiner. Guck mal hier. AKS. G36. Interessant. Sollen wir die mal nehmen? Na komm, nehmen wir mal die hier. Nehmen wir mal die AKS. Die ist doch eigentlich recht nice. Mit einem schönen Reflex... Vesier oder auch Cobra? Cobra, Cobra, Cobra. Warum nicht Cobra? Äh, Laser-Vesier, Magaziner... Nehmen wir mal Laser-Vesier. Äh, und dann noch einen Schalldämpfer. Griff nehmen wir mal... Was es mehr Präzision gibt. Kurzgriff, genau. Und dann noch hier eine schöne Marien... Eine blaue Tarnung. Oder gibt's hier was anderes? Guck mal, Wald-Tarnung gibt's hier auch noch. Guck mal hier, was haben wir denn hier alles so schön ist, ey. Gibt's ja noch die totalen geilen Tarnungen hier. Die sieht richtig, haben wir ausbestimmt. Richtig fett. Okay, reicht. Ja, aber man, bevor ich komplett abtilde... Abgehe, keine Ahnung. Begeben wir uns mal wieder zurück. Von hier... Wann müssen wir jetzt eigentlich? Wann müssen wir noch irgendwas... Ah, wir müssen da noch irgendwas aufheben, klar. Aber ich bin total verplant, ohne. Das ist denn da. Das ist der Waffenschrank. Das müsste genau da... Hm, Fernzünder! Was geht hier vor sich? Ohoho! Das ist aber nicht sehr schön. Erstmal den Fernzünder benutzen, oder was sagst du? Nee, nee. Na, oh Mann. Ich hab schon was markiert. Was denn? Ach, das so. Oh, wir können sie wenigstens tanzen. Ah. Super. Noch was? Ja, noch. Gibt's nichts mehr. Warte mal. Radio kann man ausmachen? Ja, ja. Aber will ich nicht. Will ich bestimmt nicht. Ah, hier geht's weiter wahrscheinlich, ne? Naja. Was haben wir denn da? Oh. Ich nehm den Laptop, das Jungen. Hey! What? What the fuck? Du alte Sau, du! Ja. Oh yeah. Boom. Holy moly. Dazu wohl bumm gemacht. Eieieieieiei. Keine Sorgen. Ich komme zurück. Ich glaube, der hat es interessiert. Er ist vieler, hast du schon nachgesehen? Er muss viel sein. Hig mir mal an. Oh no. Fuck. Was sind da alle drin, oder was? Sieht da drüben bei Snow. Was kann ich hier drin? Kann ich hier irgendwo wegfahren, irgendwie? Was muss ich denn jetzt genau machen? Muss ich jetzt hier irgendwo entkommen, ja? Muss ich die ganzen bösen Buben da jetzt rausschalten? Hm. Kann ich da hoch? Oh, das. Ich weh nichts. Oh Mann. Oh, die Cops kommen immer näher. Die Cops kommen immer näher. Oh ja. Habt ihr da schon nachgesehen? Wie viele sind denn hier bitte? What the fuck? Schaut nach, ob die irgendwo einer ist. Okay, ganz ruhig. Kein nur. Komm, komm. Okay, Marc. Mach keine Metzchen hier, Kollege. Mach keine Metzchen. Ausschwärmen, los. Oh scheiße. Hier, der Riesner. Okay. Vorbei. Alter, die Waffe ist geil. Die schon präzise. Weck mich aber. Könnte ich einfach mal durchforschen hier. Oh, präzise bis zum Gehen nicht mehr. Leck noch mal. Geilste Waffe, Ju. Ju. Na komm, hier. Zack, zack, zack. Ja, Digga. Habt ne geile Waffe am Start, ey. Das kann uns richtig losgehen, ja. Oh, zack. 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 Ich soll doch mal markieren wieder, ey. Ich muss den Kumpel sammeln. Warte, mach hier sie kurz. Oh, kleine Rückenmassage. Zwischendurch. Ist doch nett, oder? Oh, ich verballere aber ganz schön die Munition, ey. Da ist er lang. Keine Munition, ja. Komm. Knall den ab und knall den ab. Aus, komm, da. 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 Ach, ey, ne? Gut. Ja, ja. Hör mal los. Na dann los. Na dann los. Kann ich eigentlich irgendwie... Okay, da haben wir Pistolen dabei. Schmendau, so was soll denn das bitte? Zum... Ja, ich bin noch da. Moment, wo ist der Junge? Keine Ahnung. Hat sich wohl verdrückt. Ich will meinen Laptop. Solltest du nicht im Kafferraum warten? Wir reden später, okay? Los, los, los. Los, los, los. Los, los. Nach links, links, links. Ja. Weiter. Ja. Uuuh. Oh, oh, die. Rechts lang. Das Folgen und nicht anhören. Lücke auf Gas nehmen. Tja, ja. Ja, ist okay. Fahr doch du, wenn du es besser kannst hier, äh. Du kannst ja die Befehle hier teilen, wie die letzte Bitch. What the fuck? Dürfen wir da runter nehmen, ne? Ne, 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 ne. Ey, das ist... Das wäre, glaube ich, nicht so optimal. Das ist auch nicht so optimal, dass der die ganze Zeit auf mich ballert hier. Mach mal einen Abgang hier. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Spiele ich ein bisschen in den geilen Rambock hier. Haha. Oh ja. Junge, kannst du irgendwie mal... Das ist... Der ist einfach mal durch die Mauer da. Okay, kann man ja mal bringen. Und... Ist das der... Das war der richtige Weg. Ui, ui, ui. Raketenwärter. Es wird langsam Zeit, dass du irgendwas mal machst. Hallo? Scheiße. Bei dem Gewackel kann noch keiner schießen. Lass uns Plätze raus. Danke, danke. Jawohl. Komm, komm, komm. Okay. Okay, okay. Boah. Gut. Dann zeig mal deine Driving Skills und dann zeig ich dir mal meine geilen Aim Skills. So. Dem mal los. Ich bin bereit. Erstmal nochmal nachladen, warum nicht? Stopp. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt spielen wir mal das Spiel andersrum, ihr geilen Bitches. Oh oh oh. Oh yeah. Ich hab irgendwie auch eine Tick-Munition. Hammergeil. Oh. Jawohl. Oh yeah. Wieso hat nix zu lachen? Oh komm. Rassu. Mach hin. Hallo. Oh. What? Oh ja. Der ist down. Noch der Fahrer. Na komm, 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 komm. Der ist doch gleich hin. Oh, was hält der denn aus hier? Oh ja. Oh scheiße. Der Fahrer müsste down dann. Wot? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich kann ja gar nicht durchballern richtig irgendwie. Keine Ahnung. Kein Hitmarker irgendwie. Na, wirst du wohl... Mensch, ah, das war nicht... Äh, Alter. Holy moly. Gib Gas. Werde nicht dafür. Bitte keinen Zug, bitte keinen Zug, bitte keinen Zug, bitte keinen Zug, bitte keinen Zug. Alter, da kommt einer. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Ach, Alter, da hat er nichts dran. Ich versuch's doch. Jawohl. Huya, Taba. Das war knapp. Habt ihr gerade gesehen? Ich war gar nicht mehr drin. Ich hab mich einfach rausgeteleportiert. Das war mir einfach zu viel, ganz ehrlich. Diese ganze Action, das ganze Geballer... Nee. Okay, das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen... ...kaufen sie sie ans Auto aus. Mann, hätt von mir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorsleuten. Dorsleute. Echt jetzt. Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Das ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Total. Man kriegt jetzt hier gleich schon weiter. Ach, ist ja wunderbar. Ähm, Moment. Warten Sie bitte ganz kurz. Ich muss kurz was gucken. Ähm, ja, das passt doch eigentlich alles. Aber ich würde ja jetzt gerne wieder mal eine andere Pistole nehmen. Irgendwie finde ich die doch nicht so geil. Und zwar nehme ich mal eine Pistole. Und zwar so eine hier würde ich sagen. So eine normale. Am meisten Schaden macht. Ne, die machen alle gleich Schaden. Dann würde ich sagen, dass ich mir die Pistole mache mit der meisten Reichweite. Und mit der meisten Präzision. Das ist die hier. Verpässe ich das Standard. Ja, Standard Visier. Komm, Standard Visier ist immer gut. Laser Visier hier. Schalldämpfer auch noch. Warum nicht? Und dann auch mit einer geilen Tarnung. Mit so einer richtig geilen Waldspray-Tarnung. Das sieht auch Hammer aus, oder? Du könntest auch gar nichts mehr sagen. Oh, das sieht geil aus, Alter. Wie abgespaced die aussieht. Ey, dicker, fetter Schalldämpfer. Okay, das hier ist die Schallzentrale. Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir draußen mit Schaden, lohnt es. Also, wer ist dieser Kang? Er hat dauntall A in der Hand. Steckt gerne Leute in Schrottpressen. Hat eine geile Braut. Zahlt gut. Außer der Sache mit der Schraubpresse scheint er cool zu sein. Außerdem leitet er Dors Geschäft in L.A. Wenn wir den ausschalten, hat Dors hier niemanden mehr. Und, wie ist es sonst so? Schönes Wetter, ne? Ja. Etwas kühn, aber ein paar schon. Ich frag mich ja, wie ist das hier gleich abläuft. Ob hier einfach nur rumgeballert wird, oder ob ich wieder allein vorgeschickt werde, oder... ...schön sneaky vorgehen darf. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das ist eine Waffenkiste auf jeden Fall. Okay. Ein paar böse Buben. Da ist Ladendors, Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na, dann sagen wir mal Hallo. Ja, beziehungsweise ich sag Hallo. Ihr bleibt da einfach stehen und guckt euch die ganze Sache an. Wie immer. Nicht da lang, Mann. Ich könnte ja den Move-Pierb ausprobieren. Moment, traf ich dir recht. Oh, nice. War eigentlich gar nicht nötig, aber egal. War eigentlich trotzdem. Weißt du? Da kenne ich nix. Da kenne ich gar nix. Ich nehme mal lieber die Pistole. So, dass ich reite. So. Können wir schon mal nicht nach oben klettern. Schade. Na, Tron, ausgerechnet heute bricht der Gangkrieg aus. Ich bin begeistert. Immer mit der Ruhe. Wir warten einfacher. Wenn King ein Auto einschneidet, jagen wir ihn in die Luft. Meinst du, wenn ich will die King alles hier vernehmen? Mit unserer Heimat? Ja. Wenn das nicht klappt, dann wird's hart. Das klappt schon. Meinst du, wenn du hier noch was hast? Ja. Ja. Okay. Na und? Wenn, dann platziere ich meine nächste Bombe und hänge ich im Auto. Hey, pass auf. Du musst. Du musst ruhig bleiben. Okay. Mensch, spüren nicht. Ja. Ihr müsst erstmal beide nach da vorn gucken. Was zum Teufel? Das müsst ihr erstmal. Das müsstet ihr erstmal kurz hier. Dem anderen sage ich einfach mal Hände hoch. Hey, eine falsche Bewegung. Genau so. Ich dachte schon, der würde auf mich hier ballern, ey. Ich habe einen nervösen Zeigefinger, mein lieber Freund. Verspaßt es nicht mit mir. Was ist mit den Kollegen da drin jetzt los? Wo ist der genau? Okay, der ist im Gebäude irgendwo. Okay. Komm, ich laufe mal ein bisschen schneller hier. Wurde ja Jahre, bis ich da angekommen bin. Da ist er auch schon. Halt! Hände hoch! Komm, wir machen mal Hände hoch hier. Der Gedanke dafür. Naja, du mich auch. Bla, bla, bla. Ah, so. Der ist da oben irgendwo. Okay. Kann ich denn hier analysieren mal wieder? Wo ist denn hier was? Im Grund davon oder so. Keine Ahnung. Am liebsten würde ich ja versuchen, zuallererst den Kollegen da oben auszuschalten. Das ist mir... Sieht der mich näher? Was kann ich denn hier oben jetzt Schönes machen? Ich kann... Ah, ich sehe schon. Ich kann hier so richtig Action Jackson Style. Moment. Kurz anfangen. Schaffst du den Sprung? Schaffst du? Und... Yubi! Schön. Action Jackson Style rübergesprungen. Der hat schon meinen Kollegen da gesehen, den ich da ausgestaltet habe. Scheiße. Ist ja nicht so wunderschön gelaufen. Sind wir was? Wenn ihr was? Das ist unser Freund Drawn sein in Sachen. Das ist alles Drawn sein. Das ist alles Drawn sein. Das ist mal markieren hier. Die Männer mit kraften Raketen darf man in den Hilfen. Und zwar sofort! Mach diesen Schwanz nur kalt! What the fuck? Rasten sagt ihr jetzt aus. Irgendwie ist die Position total behindert. Fällt mir gerade so mal by the way off. Mach endlich was! Kann ich da wieder raus? Ja. Ich kann nur runterjumpen. Oh, ist das ein Scheiß. Wisst ihr, was wir hier brauchen? Loyalitätslöfungen. Ich lasse euch alle aufmachen. So, sucht sie! Einen nach den anderen. Und dann sehe ich euch in die Augen und frage euch. Kann ich hier? Seht da drüben nach! Und wenn ich Zweifel habe, kriegt ihr eine Kugel in die Beine. Habt ihr das kapiert? Habt ihr das verdammt nochmal kapiert? Da drüben nachsehen! Wohin soll ich denn jetzt? Sucht weiter! Da ist er! Auf und auf! Hey, halt da weg! Der ist bewaffnet! Wer tut das nicht! Der ist bewaffnet! Der ist bewaffnet! Er ist bewaffnet! Er ist bewaffnet! Er ist bewaffnet! Er ist bewaffnet! Ich bin bereit! Ist das ein Edi? Oh, das ist ein Edi. Das ist ja Hammer! Down, huuuhu! Ei, 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 ei! Was kommt denn hier alles an, ey? Oh, ist auch keine Munition mehr. Das ist auch aufgespült. Erstmal ummarkieren! Oh, ich hab doch... Oh, was bin ich denn für ein Idiot? Ich hab doch Munition hier. Guck mal hier. Jetzt krieg ich ja schön Munition an Krohle. Ja. Die Party kann meinetwegen so lang... ...laufen, wie ihr wollt. Ich hab Munition an Krohle, Alter. Jetzt sag ich euch. Was? Was hast du bei dir? Scheint nicht so. Scheint nicht so. Ich dachte, der Kollege wollte mir irgendwie helfen. Oh, ja. Na komm, Rushen war jetzt einfach durch, ja. Ganz ehrlich, ja. Da kenne ich nix. Verdammt, das sind die Bullen. Verdammt, das sind die Bullen. Hör nur hoch! Waren das grad für einen Move, äh... Egal. Machen wir's so einfach. Scheiß drauf. Fuck, doch, der Hund drauf. Wat nu? Erstmal scannen, würd ich sagen, ne? Erstmal wieder scannen. Da ist nämlich irgendwo ein... Wat? Bombe, oh. Das ist nur Bombe drunter. Dann halt ein bisschen Abstand, okay? Ah, lustiger Clown. Warten wir hier noch? Irgendwann ist hier wat. Ich glaub hier aber unten, so. Ja, ja, ist ja gut. Ah, da, guck mal. Wat haben wir denn da? Ja. Hotshot wird hier irgendwo hergestellt. Selbst als ich's verkauft habe, wusste ich nicht genau wo. Mhm, 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 mhm. Interessant. So, was haben wir denn hier noch? Da vorne ist irgendwo wat. Ich glaub da ist einfach nur der Waffenschrank, oder? Nee, hier ist noch wat anderes. Hier ist noch wat. Irgendwann ist hier wat. Ah, da. So, was haben wir hier? Boah, wie viele Beweise gibt's denn hier noch? War's das? Ja, das war scheinbar. War scheinbar. Sehr schön. Äh, ja. Jetzt einfach hier durch, ne? Würde ich mal sagen. Was wertvolles. Ich würd sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Ähm, bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Da ist Zeug gegen die Cops nicht. W-Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenn einen Basketball-Profi. In 4 Tagen. Wir bekeißen, kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug ja raus. Und das wär gerne dabei helfen. Der Gaube-Stapler fährt ungefähr 0 Keim-Hard. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Ach, komm schon. Das ist doch nicht sein. Ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's noch gleich gescheit. Willst du mal da aussteigen? Tyson, verdammt, geh nach hinten und schieben. Raus da! Scheiße! Oh Mann. Es schneit. Oh Mann. Es schneit. Nein. Oh. Oh Mann. oder. Vielen Dank.